Ich mach es einfach mal spontan weiter. Hallo, hier ist wieder der Jens mit Part 3 meines Lesberry Minecraft und jetzt schern wir uns mal hier raus. Nein, als erstes mach ich noch eine krasse Axt und ja, so war es genau. Und eigentlich, nein, Quatsch. Nein, hier wollen wir wieder rein. Schön. Ich will nixen ein paar Stiefel. Und jetzt hacken wir erstmal ein paar Bäume in die Erde. Holz ist Gold wert. Okay, ich will auch ein wenig für die Nacht gewappnet sein und ich möchte auch mein Haus ein wenig weiter ausbauen. Und dazu benötige ich Holz. Oh lala, das war gerade ein klein wenig Leck. Ich müsste mich dann auch langsam mal wieder heilen. Okay. Uuuuh, schnappe Angelegenheit. Ähm, töten wir noch dieses Scheißvieh. Schön. Zweimal Leder. Bin ich jetzt nicht böse drum? Ach, wenn wir es einmal haben von dem Creeper hier, nehmen wir das gleich an. Freundliches Geschenk. Warum brennt alles? Gut, okay. Und nach diesem Baum noch einen einzigen und... Hätte ich erstmal genug Bäume gefällt. Okay. Und jetzt suche ich einfach mal weiter nach Tieren. Bring ein Baum um. Ein Baum. Und... Shane, noch ein wenig Wolle. Schweinefleisch braucht man immer. Nein. Komm ran. Shane, zwei Stück. Gut. Ähm... Was könnte ich denn jetzt noch machen? Na, eine Ender. Da könnten wir späther... Pfeile draus bauen. Doch ich muss auch mal eine Spinne umbringen in der Nacht. Oh, oh, oh. Schön. Nein. Gerade jetzt. Gut, das merken wir uns jetzt einfach mal ganz spontan. Ähm... Ja, die Crew wird nicht als schwer zu finden sein. Und hier haben wir noch jede Menge Schweine. Und, und, wo ist es, wo ist es? Hä? Gut, okay. Hätten wir das auch gekillt, das Vieh. Ähm... Ja. Gut, okay. Ähm... Viel kann ich jetzt, glaube ich, nicht mehr machen gerade. Dann werde ich jetzt erstmal ein wenig was in den Ofen reinhauen. Später kann ich dann die Höhle unten ausbauen. Holz habe ich jetzt genug. Ähm... Ja. Nein, nur die Hälfte davon. Es reicht, glaube ich, vier. Für mein Metall, das ich gefunden habe. Das reicht locker. Und jetzt nehme ich einfach mal... Das zeige ich und... Ich melze es mal zu Ziegeln ein. Nein. Ich backe es. Heißt du es backen? Hm. Naja, erstmal egal. Ähm... Gut, okay. Und jetzt... Bauen wir noch eine Spitzhacke. Und... Mal gucken, ob ich den Platz gleich wieder finde. Nein. Mal schauen, wo die Sonne steht. Hab grad keine Ahnung. Ähm... Hm. Ne, nein. Oh, fuck, fuck, fuck. Ganz vergessen, ich bin nicht mehr auf Peaceful. Ja. Kann man jetzt aber auch nichts mehr dran ändern. Gut, okay. Oh, nein, 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 nein. Gut. War nur Wasser. Nicht ganz so schlimm. Haben wir noch was? Toll. Na, wenigstens noch einen Feuerstein bekommen. Ich bin so ein Vollidiot. Nein. Oh, Etra. Und ein Schweinchen war hier doch noch. Gut, okay. Ich bräuchte noch eine Kuh. Eine doofe, doofe Kuh. Aber wie es aussieht, ist hier keine mehr gerade. Das finde ich auch Deluxe. Gut. Irgendwo. Hm. Dort drüben. Aber wenn ich da jetzt rübergehe, könnte das gefährlich werden. Scheiß drauf. Man muss auch Risiken eingehen, als großer Abenteurer. Ja. Nein. Hier muss ich aber langsam ein wenig aufpassen. Go, go, go. Alalalalalalalala. Shane. Eine durften wir noch tot kriegen. Oh, Etra. Das sind echt prächtige Kühe. Und haben wir noch eine dort drüben. Was ist denn los? Du guckst viel. Shane. Nein. Oh, fuck, fuck, fuck. Du kannst auch die Fresse halten und sterben. Okay. Ich mach die geboot. Etra. Und jetzt vorziehen. Oh mein Gott. Kühe. 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 Aber meine Hütte muss mich trotzdem langsam wieder vorziehen. Weil mir kommt es echt vor, als würde es gleich wieder Nacht werden. Seht ihr? Shane. Und... Mal schauen. Nein. Gut, die lassen wir jetzt noch in Ruhe und bringen nur noch das Vieh um. Und jetzt geht es wieder in meine Hütte. Und dann würde ich einfach mal spontan meinen. Nehme ich noch das hier raus. Und brutzle noch ein wenig Fleisch. Und ihr seht, war das brauche Ziegel. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. In Part 4 meines Let's Play Minecraft. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020